Der SC Wiener Neustadt hat sich mit Bundesliga-Routinier Manuel Seidel verstärkt. Der 29-Jährige war zuletzt vereinslos, nachdem sein Vertrag beim SV Mattersburg im Sommer ausgelaufen war. Mit bisher 184 BL-Spielen in der höchsten Spielklasse sind wir überzeugt, dass Manuel unserer jungen Mannschaft mit seiner Routine und Erfahrung weiterhelfen kann, teilten die Niederösterreicher auf ihrer Facebook-Page mit. Ihr zentraler Mittelfeldspieler war in den letzten zehn Jahren als Bundesliga-Profi aktiv. Acht Jahre davon verbrachte er in Mattersburg, zwei Saisonen lief er für den WRC auf. In seinen 184 Einsätzen gelangen ihm 14 Tore und 23 Torvorlagen. Vereinslose Spieler, diese Österreicher sind noch ohne Vertrag. Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist beschlossen, vertragslose Spieler dürfen allerdings weiterhin jederzeit verpflichtet werden. Einige österreichische Kicker sind noch auf Vereinssuche. Spox zeigt eine Auswahl. Andreas Ivanschitz, Position offensives Mittelfeld, Alter, 34, letzter Verein, Viktoria Pilsen. Weli Kaffler, Position zentrales Mittelfeld, Alter, 29, letzter Verein, besiegt das. Stefan Stangl, Position, Außenverteidiger, Alter, 26, letzter Verein, FK Austria Wien. Lukas Rudpola, Position, Innenverteidiger, Alter, 27, letzter Verein, Real Valladolid. Osman Hatschikic, Position, Torhüter, Alter, 22, letzter Verein, FK Austria Wien. Thomas Zündel, Position, Außenverteidiger, Alter, 30, letzter Verein, WRC. Philipp Zulechner, Position, Stürmer, Alter, 28, letzter Verein, SK Sturm Graz. Patrick Wesseli, Position, Außenverteidiger, Alter, 24, letzter Verein, SK in St. Pölten. Philipp Posch, Position, Außenverteidiger, Alter, 24, letzter Verein, Admira Wacker. Bei Wiener Neustadt wird er ab sofort die Nummer 31 tragen. Werbung Werbung Wiener Neustadt wird er ab sofort die Nummer 31 tragen.